Anrufe können mit der Taste Abheben gesteuert werden. Um einen eingehenden Anruf zu beantworten, drücken Sie einmal auf die Taste. Um den Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste eine Sekunde lang gedrückt. Während eines Anrufs drücken Sie zweimal schnell auf die Taste Abheben, um den Anruf zu halten. Um den Anruf wieder aufzunehmen, drücken Sie erneut zweimal schnell auf die Taste Abheben. Um den Anruf stattdessen zu beenden, drücken Sie einmal auf die Taste. Wenn Sie sich nicht in einem aktiven Anruf befinden, dann können Sie die zuletzt angerufene Nummer auf einem Mobiltelefon erneut wählen. Drücken Sie dafür die Taste Abheben zweimal schnell.